Moini und da bin ich wieder mit zwei Runden aus dem Twitch-Stream und zwar zwei ganz besondere Runden, die letzten zwei Runden im 2v8-Modus gemeinsam mit der Community. Diese besonderen Runden feiern wir, indem wir abgestimmt haben, welchen Surf wir alle gemeinsam spielen. Wir haben achtmal den gleichen Charakter also hier im Stream gespielt und haben in der ersten Runde uns für Yunjin entschieden, meinen zweiten Main, und in der zweiten Runde für Ace. Nicht nur, dass es sowieso ziemlich witzig ist, mit sieben Leuten aus der Community gemeinsam den gleichen Survivor zu spielen, auch das Teamplay hat in diesen Runden einfach wahnsinnig gut gepasst. Lasst mir auch gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da und falls ihr auch mal mitspielen wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei und lasst mir da ein Follow. Sonntags streame ich immer mit der Community gemeinsam und wir spielen ein bisschen Special SUV, also kommt gerne vorbei und viel Spaß nun in den Runden. Zum Castlevania-Update werde ich dann streamen, als Entschädigung. Danke, Frey. Und wieder eine Huntress. Mit einem Geist. Da bin ich wieder. Und der Geist ist gut drauf, der kann gut bodyblocken. Da ist sie wieder. Nee. Nee. Haben wir hier das Fenster? Nee, wir haben hier kein Fenster. Bitte. Bitte. Habe ich hier ein Fenster? Hier haben wir ein Fenster. Das war ein Gratis, schnell und leiser, die das mitgekriegt. Richtig frech. Das war richtig frech. Oh, Nomad ist in Italien. Nomad, deswegen bist du so lange nicht dabei, weil du im Urlaub bist. Wie cool ist das denn? Genieß die Zeit, Nomad. Das freut mich für dich. Uh. Hat niemand gesehen. Beim Tofu ist ein Gen und der Tofu hängt sicher. Gut zu wissen. Beim Tofu. Beim Tofu. War das jetzt wohl ein... Da ist ein Killer. Achtung. Da ist ein Killer mit Aurasicht. Achtung. Sie lädt nach. Danke. Uiuiuiui. Achso, da willst du. Oh gut, dann gehe ich hier hin. Oh, das war fies. Das war richtig fies. Ist noch hinter mir. Nee. Uh, da ist noch ein Triss. Okay. Wo ist er hin? Also wenn jetzt der Handschuss noch dazu kommt, bin ich am Popo. Wie war das hier nochmal mit, ne? Nee. Wo nun? Wo nun? Nee. Und er bing-bongt davon. Wie der Witzgabe. Aber die Frage ist immer noch. Vegan Dive. Wo ist der Tofu? Wo ist der Tofu? Oh, da ist schon jemand tot. Elias ist leider schon tot. Mein Leid, Elias. Ich bin der Tofu. Ah, natürlich bist du der Tofu. Ja, da wurde sie einfach getunnelt. Hier haben wir Corina. Hallo Corina. Da wird ein Jen getreten. Danke. Aurasicht. 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 Und da kommt noch ein Triss. Nein. Nö. Aber weißt du was? Hier liegt noch eine Palette. Ist das nicht cool? Ah, das ist nicht cool. Nee. Oh, sorry. Ah, schade. Und da ist auch der Bing-bong. Das war gut. Da war ich wieder zu gierig. Merkt ihr? Da war ich wieder zu gierig. Und da geht der Jen an. Puh. Aber es war eine witzige Runde. Und dann mit Yunjin. Ehrlich gesagt, püfft mein Herz da auch ein bisschen. Ich mag Yunjin ja wirklich gerne. Und so viele coole Outfits sind auch witzig. Also, das gefällt mir auch. Bip, 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 bip. Da wurde vom Geist was zerstört. Der Aurasicht hier vorne ist auch offen. Nee. Leider nein. Ich halt mal ausschau. Jodlowski wird jetzt zu uns rüberkommen. Der kommt nämlich genau hier hin. Nee. Aber fast. Good man. So, Bing-bong. Da vorne. Der Wolfi wird gejagt. Wir haben hier vorne noch einen Ausgang. Viertel. Hier. Super. Da ist ein Ausgang. Da ist auch ein Bing-bong. Okay. Schade. Oh ne, hier ist gar nicht... Da komme ich nicht raus. Was? Ah, das hier Huntress. Die habe ich jetzt nicht ge... Oh, die habe ich nicht erwartet. Ui, die habe ich nicht erwartet. Okay, der Shaq. Ist niemand in der Nähe, leider. Und der Ausgang ist, glaube ich, auf null, oder? Nee, der leuchtet auch schon. Der leuchtet auch. Der Ausgang leuchtet auch. Okay. Da ist Toddel. Hallo, Toddel. Und hinter mir ist auch ein Ausgang. Der ist auch auf, glaube ich. Okay, wir kommen jetzt hier raus. Da ist ein Bing-bong. Hilfe, 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 Hilfe. Das wird nicht mehr. Oh. Es macht nichts. Wenn ihr rauskommt, dann bin ich glücklich. Oh. Ist das schade. Wir hätten einfach rausrennen sollen. Ich hätte einfach rausrennen sollen. Dann hätten wir alle, außer Elias, der getunnelt wurde, hätten wir es rausgeschafft. Ich hatte ja den Schutzschild. Und wir waren ja auf der sicheren Seite. Es war nicht so schlau, sich noch zu heilen. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr coole Runde mit Yun-Chun. War trotzdem sehr, sehr cool. Und zwei Kills sei ihnen auch gegönnt, oder? Zwei Kills dürfen sie haben. Oh, da sind wir. Und? Was denkt ihr gegen... Oh, da ist Toddel schon. Mit dem Hutmacher. Als ihr den Skin nicht kennt. Das hier ist der Toddel. Der Hutmacher-Toddel. Hup. Sieht aber auch cool aus, ne? Da kam eine Sternschnuppe. Wann haben wir das denn verdient mit der Sternschnuppe hier? Das ist wieder eine Huntress. Da. Die hat aber Schmack jetzt hinter den Echsen, Mensch. Und ein Geist. Das ist ein Blusher. Da wurde er gestandt. Aurasicht. Ich muss weg hier. Oh, da kommt quer in der Axt geflogen. Aber ich glaube, die Handschus kommt jetzt hier auch vorbei. Ja, von da. Nee, also nicht mit mir, Madame. Wie cool. Sie trägt den Skin. Äh, den... Den zum Gutmacher. Den Alice im Wunderland-Skin. Einfach mal super oft Aurasicht hier angekündigt. Gibt jetzt der Geist auch noch dazu? So, Madame. Nee. 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 Okay. Okay, das war witzig. Sie hat mich in Ruhe gelassen. Das war gut. Das war richtig gut. Jetzt habe ich hier wieder Terrorradius. Vorradius. Von dort. Danke. Nach ihnen. Nach ihnen. Ah! Oh, das war wild. Das war richtig wild. Für mich ist es gerade ein Hörspiel. Ich kann nichts sehen. Das war richtig wild. Und wie viele Gens angegangen sind in der Zeit. Krass. Danke. Ich gehe mal ins Toro hier. Wie hübsch alle sind. Nee. Die sind gerade da vorne. Wo ist der Bing-Bong wohl? Oh, ich habe irgendwie gerade Panik, dass der Bing-Bong plötzlich hinter mir steht. Da vorne waren noch zwei andere. Die haben sich gerade geheilt. Das habe ich gesehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht von Jan weg. Und da ist wieder eine Anna. Ich drücke die mit dem Jan. Nee. Sie lädt nach. Und ich renne weg. Hm. Die hat aber auch Schmackes in ihren Äxten, ne? Da gehst du rückwärts. Okay, dann gehe ich weg. Dankeschön. Irgendwer gibt mir Aurasicht. Und sie geht wieder weg von mir. Hei, 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 hei. Sag mal. Jetzt steht sie da oben. Das nächste Mal bitte eine Kostümparty mit White. Oh. Aber leider ist das jetzt ja schon die letzte Runde. Langsam leider ein bisschen, ein bisschen zu müde, mich zu konzentrieren. Oh, ist die AFK gegangen jetzt? Nee, ne? Ja, nächste Woche ist halt kein 2 vs. 8 Minus mehr Oma Horst. So, okay, cool. Dorten. Hallo. Hallo. Okay, die sind dort rübergegangen. Zum Ausgang. Gerne. Ich glaube, wir müssen nach hier. Jetzt lieber in die Richtung. Ach, sie hat keine Lust mehr. Sie hat keine Lust mehr. Sie möchte, dass wir gehen. Ob ihr Teamkollege da so einverstanden mit ist? Ich weiß nicht. Oh, da bin ich drauf reingefallen. Da bin ich drauf reingefallen jetzt. Warum falle ich denn da auf sowas rein? Warum? Warum? Okay, diesmal machen wir es aber so, dass wir reingefallen. Was ist mit Patti, der am Boden liegt? Da steht der Geist halt leider drauf. Aber es ist in der Nähe von einem Ausgang. Das ist fast ganz hoch geheilt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. So, okay. Jetzt beschützen sie den. Okay, wir müssen den Ausgang aber ganz auf machen. Der ist ganz auf. Sehr schön. Oh, das war krass. Schaffen wir es alle raus? Schaffen wir es alle raus? Nee. Irgendjemand ist drin geblieben. Irgendjemand, habe ich gerade gesehen, ist drin geblieben. Wer war das? Oh, guckt mal. Oh, die beiden schaffen es jetzt auch raus. Corinna und Toddle. Raus mit euch. Raus mit euch. Raus mit euch. Toddle gönnt sich die Luke. Mach das. Oh mein Gott. Was für eine wilde Runde. Ich dachte jetzt, ich weiß auch nicht, die waren auch so entschlossen irgendwie, oder? Die haben es doch noch alle raus geschafft. Krass. Das war mega nice. Das war voll die starke Runde. Ihr seid ja Wahnsinn. Richtig nice gespielt. GG an alle. Das war eine schöne Abschlussrunde auch. eine Ace-Only-Lobby. Ace-Man, äh, Eight-Man out. Eight-Man out. Richtig gut. Ja, richtig cool auf jeden Fall, diesen Modus mit der Community zusammen zu spielen. Und dieses Wirrwarr einfach zu genießen, dieses Chaos. Unglaublich coole Runden waren das mit euch. Ich hoffe, dass der Modus bald wiederkommt und wir uns dann erneut zusammen in diese Runden stürzen können. Bis dahin sag ich GG. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.